Doppel F5 Okay, warte, ich stell mich jetzt vors Haus Wenn mir stehst du noch da oben, ne? Okay, wo? Ich steh jetzt vorm Haus Nein, wenn mir stehst du noch da oben, ne? Wenn mir steh ich vorm Haus So ist, äh, so F5 Aja, da, das ist ich, hi Ja, hallo und willkommen zurück Ich nehm schon längst auf Oh, hallo Oh, hallo Na ja, hallo Leute Und willkommen zurück zu einer, äh, Folge Take It Light Ja, und Ich, äh, genieße immer noch meine Schuhe Weil ich jetzt keinen Fallschaden mehr kriege Oh my god Ist das nicht geil Uh, uh, da kommt weiter auf Aber hallo Äh, und wir wollen jetzt jetzt Ich hab gesehen, wie ihr herrlich in der letzten Folge bei mir gecraftet habt Und gut, mein Power Tool ist noch da Ja Äh, und wir wollten uns ja jetzt ein, ähm Ich bin ja niemals dem Tobi vertrauen, also ne Genau Äh, und wir wollten uns jetzt irgendwas bauen Und ich, find, ich weiß aber gerade nicht, wo meine Power Sachen waren Und jetzt weiß ich es wieder Äh, die waren noch Bei dem Quarry, die waren noch bei dem Quarry in der Kiste dort Also nochmal, so das ist ein Together Wieder Together Aber im letzten Mal war's ja nicht so Ja Ja, die Folge heißt Wieder Together Mal ohne nervige Musik, die wo so im Hintergrund läuft Wo man den Chris gar nicht hören kann, ne Ja Das war ja ein bisschen, naja, laut und Ja, ich weiß nicht Äh, ich weiß, was ich auch nicht weiß, ist wo ich meine Wusstungen reingetan hab Und da, okay Also, wie gesagt, ist es so, ich baue mir dieses Mal noch meine anderen ganzen Power Tools auf Und irgendwo muss ein supertoll, also Und ich hab mir ein paar Themen ausgedacht Ja Und was wir echt mal machen müssen, sobald wir die Power Tools haben Äh, dass wir dann mal ins Nether gehen Weil, äh Irgendwie ist es ein bisschen dumm, ähm Weil wir müssen ja immer diese ganzen Kisten hier entleeren Das ist irgendwie ziemlich aufwendig So, und zwar, ich hab mir drei tolle Themen ausgesucht Weil ich würd auch sagen, wir dem heute drei Folgen auch so Und Hier Chris hat die Entscheidung, in welcher Folge Reden wir denn welches Thema Boah, da fühl ich mich jetzt echt leer Da haben sie jetzt alle mal entschieden Mh, Line Projector Diamond Lamps Äh, okay Okay, das probier ich jetzt glaube ich nicht aus Mh Oder Also, welche von diesen superen Geräten möchtest du Diese tolle Folge ausrufen, ne? Hatten wir Kurier nicht eigentlich schon mal geredet, oder so? Naja Ich hab dir noch ein paar tolle andere Sachen zu sagen, ne? Ja, dann, äh, was... Limited Editions Mhm Also welches wollen wir dann nehmen? Ja, nehmen wir einfach Limited Editions Okay, also... Bei Limited Editions hab ich mir so gedacht, und zwar Bei Christus findest du denn die ganze Zeit Also... Bei fast jedem Spiel gibt's ja zur Zeit immer Limited Editions dazu Und die sind meistens teuerer und meistens kann sich daran eine... Es gibt nichts falsch zu sagen, aber es ändert sich manchmal auch nicht viel dran, ne? Ja, nur ein anderer Cover halt, und so Naja, also... Ey, ich find's halt... Wir brauchen Rubber, hm... Ja, wir brauchen Rubber Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen Äh... So, und was, so... Ähm... Also ich bin nicht so mit Limited Edition, weil ich finde, bei manchen Spielen finde ich so sehr, dass die Limited Edition billiger als die normalen Editions Ja... Ja, oder... Bei manchen Spielen, ich weiß noch einmal, bei einem Rennstift Da hieß es, boah, kommt durch die Limited Edition, die ist so selten, die gibt's wirklich nicht oft Und da ist eine Bonusstrecke dabei, die so toll ist, die und... Die alles abgeholzt, oh... Und auf jeden Fall war es so... Auf... Also, um genau zu sagen... Äh... Strecke war nicht gut bei diesem Rennspiel, sie war eigentlich stinknormale Und... Ja... Was waren da noch... Es war nicht überall so recht... Es gab die Limited Edition häufiger als die normale Edition, ne? Ja? Nö... Das ist auch... Okay, das ist natürlich... Ja... Ob das jetzt genau den Zweck erreicht, ist halt die Frage, aber... Na... Äh... Äh... Die wollen jetzt noch ein bisschen mehr Geld rausschlagen... Ja... Okay, dann... Mal eine Limited Edition raus, aber... Wenn es lustig, eine Limited Edition, wo es wirklich nichts neu ist, wo wirklich nur ein neues Cover ist, und was weiß ich... Doch... Ja... Eigentlich gar nichts, nur noch eine extra Verpackung, und... Okay, die sind manchmal... Manchmal wert, aber... Naja... Ja, schon... Äh... Aber gute Limited Edition finde ich... Gute Limited Edition... Woah... ept... Das geht jetzt mir. Aber gute Limited Edition... Ist die... Die... Wo... Hört ihr zu richtig erklären... Äh... Ähm... So... Ja... Da muss jetzt... Ja, wir liegen noch was... Hier liegen noch eine DVD bei... Irgendwie noch eine Figur, oder sowas von nicht lustig... Ja... Ach übrigens äh... hast du nicht immer gesagt du wolltest dir lieber ein nicht einen jetpack so enden nicht ein eine eine power machen sondern anderen machen aber aber die sind zu teuer echt nicht die power sind aber auch übelsteuer ja ich finde ich natürlich da braucht man diese rosen entzeugen und naja 1 doch da haben wir einiges vor uns scheiße um ich werde nicht dann wird den ganzen roma verbraucht ich wusste nicht wieder nicht weil du hast wieder den rosen mussten 11 ganz am besten mal wieder nachricht weil irgendwie habe ich gemerkt dass es doch nicht so sinnvoll ist das so zu machen wie bisher ich glaube ich hab jetzt schon drauf gefunden was hast du gefunden jetzt schon doch oder hier steht ein haus mit dem alles aus holz noch mit so einem kleinen nebenbei der fuhr herr wo bist du denn hinter hinter diesen großen berg das ist auf jeden fall ein großer berg ich kann ihn noch nicht sehen aber ich habe auch ränder distanz auf winzig ja ich sehe dich schon ne ach ich sehe dich ok ja man hat seine leuchtenden hosen gesehen das ist ja ein mpc drauf hä wotterfuck was ist das hä haben wir da irgendwas bei einem minecraft update verpasst oder oder ist es irgendeine mod oder was wie mit den curry ne weil es war davor nicht die leute die das für die bank scherz das sieht irgendwie aus wie eine mine wir waren ja die ganze zeit auf dem server drauf wenn haben wir wir schauen mal in die kommentare wenn ihr wisst was das hier so ist vielleicht ist das von dem motto oder so naja er hat vielleicht auch einer abkauf dem server oder abkauf dem server aber wenn wir auch mal auf dem server oder vielleicht auch mit der tobi ich glaube sehr nicht sie wird sowas nicht schaffen naja äh pff ja gleich mal schreiben ich setze mir mal hier eine waypoint äh 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 weiter zu schrecklich er weil sich im Weltall das ist so weit immer die gleiche als als ich mir niemand die 20% ja ich glaube nicht dass da irgendwie noch mal drauf gekommen ist vor allem weil das aber glaube ich sogar noch auf weit least ist ja doch bis zu kommen ein Bd Ich kann mehr Waypoint setzen, weil bei mir ist die Server-IP immer dieselbe. Ui... Bartz. Okay, ähm... Na ja, auf jeden Fall so... Über die Edition finde ich manchmal okay, aber nur wenn sie gut sind. So, Thema beendete Folge. Was? Äh, ne, sind das 10 Minuten? Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Äh, Jack-Pack. Na, wenn ich mal denke, für eine Stunde folgen, naja. Ja, pff, ja, pff, ja, okay. Ähm, was wollt ihr jetzt machen? Ich wollte Iron Thruster. Da brauchen wir Advanced Machine Blocks. Und ich habe mir gerade ordentlich... Es leckt sowas von extrem hier bei mir. Ich komme nicht nur aus einer Tür raus. Was? Äh... Ja, weil du hier wieder mit deinem Stained Laptop. Ja... Ich... Ich weiß nicht, ich brauche echt mal neun. So geht es echt nicht weiter. Äh, Iron Thruster... Das... Äh... Egal, ob wir es brauchen oder nicht. Das ist zwar übelst kompensiert, aber... Und ich habe eine Frage, irgendwo... Irgendwo kann man doch auch aus... ...das aus... ...das aus... Hallo. Ja, kann schon sein. Ich bin gerade hochkonzentriert. Hm... Ich bin mir nicht sicher. Haben wir schon Bronze eingespeichert? Bronze... Was? Bronze... Naja, haben wir nicht. Bronze... Äh... Das heißt, ich brauche einen... Äh... Maserate... Äh... Oder haben wir schon... Copper Dust haben wir eingespeichert und... Und... Missing Fear... Robbery... Jaaa... Weißt du was da war? Och, komm... Weißt du was da war? Ey, da war ne ganze Workbench... Und ne ganze Auflagen... So wertvoll da, ja... Das übertreibt man nicht... Ich hab doch schon so meine... Ich hab doch schon so meine Vermutungen, aber... Das sag ich jetzt nicht in der Aufnahme da... Und... Und... Und ganz echt... Okay... Ich hab jetzt meine scheiß Drübelbrille an, ey... Meine... Ja, ich hab jetzt meine Brille, das war meine normalen Brille... Ist leider... Was kaputt gegangen... Sonst kriege ich so meine Schrift... Weil wir so... Agile... Robber... Hm... Irgendwie ist das blöd... Äh... Irgendwie... Jojo... Okay... Man kann aus Juju Matter... Kann man... Äh... Rubber herstellen... Boah... Das müssen wir alles mal machen... Boah... Das interessiert mich vielleicht so... Ja... Mich schon... Ne... Soll ich das keine... Was soll ich das keine... Hins? Und... Nur... Kleine komische Haustelle... Was? Keine komische Haustelle... Keine Ahnung... Keine Ahnung... Es... was ist... Es... was ist... Es... was griechen wir jetzt... Oh my god... Wir griechen... Wir griechen Sachen auf unsere eigene Dörfer... Ja... Wir griechen... So... Was machen wir jetzt... Uns fehlt Rubber... Uns fehlt... Fehlen Rohstoffe... Uns fehlt alles... Ungefähr... Oh... Und wir haben einen... Wir haben einen Quarry... Auszuräumen... Bei dem du so schnell arbeiten kannst... Wie du kannst... Äh... Die ganze Zeit nur hin und her rennen... Und... Er wird trotzdem nicht leerer... Also... Ich würde mal sagen... Dann geht's mal zum Quarry... Okay... Guck... Raus machen... Wie ist das? Das... Das... Die ist das... Junge... Die nur irgendwie... Ja... Ich schau mal gar nicht... Und... Ich hab... Und ich hab grad noch ein bisschen... Aber... Hm... 1... 1... 1... So Alchemie-Bags... Kann man sich immer noch nicht craften... Finde ich gar nicht mehr so sozial... Und warum ist eigentlich der Ingame-Sound aus? Achso... Weil der Tobi mir irgendwie gesagt hat... Höh... Wenn der Ingame-Sound aus ist... Dann leckt's weniger... Höh... Ja... Jaja... Man sieht's Tobi... Man sieht's... Jetzt bin ich natürlich mit dem Jetpack nicht mit... Das ist natürlich auch ein Traum... Danke schön Tobi... Danke schön Tobi... Du lügst uns nie an... Du hast uns geholfen... Echt... Äh... Also... Nether... Diamondor... Ich weiß gar nicht was brauchen wir... Wir brauchen... Pfff... Äh... Okay... Kannst du dich vielleicht bis dann schon mal... Ähm... Um den... Äh... Um Rubber kümmern... Vielleicht... Ja... Okay weil... Äh... Mal was im wunderschönen Chat steht... Ja... Ich hab's gesehen... Äh... Äh... Koffer... Koffer... Äh... Natürlich... Ja... Und ja... Der hat jetzt gerade einen aus dem Portal gestiegen... Herobrine... Ja... Den soll ich... Äh... Ja... Aber ich bin da so... Ungefähr so dasselbe wie Herobrine... Ja... Ja... Ganz genau... Das wird den noch eine super tolle Kräme... Äh... Und... Und... Entweder leckt sich ganz richtig oder... Die Maschinen wollen einfach nicht mehr arbeiten... Ne... Ne... Die laufen schon noch... Arabi... Green Sapphire... Gutes... Gutes Weg nicht... Iron... Uranium... Oh my god... Ich hasse es... Und ich will jetzt den Orsleiter zu verarbeiten... Das ist die langweiligste Arbeit... Äh... Äh... Und... Äh... Und... Hilf, warum kommt ihr kein Robber mehr raus? Das... Äh... Kannst du mich nicht fragen... Keine Ahnung... Weil die Maschinen wahrscheinlich keinen Strom haben... Jaaa... Wir haben eine viel zu schlechte Stromversorgung... Da müssen wir auch mal was tun... Ja... Das heißt... Ein Problem mehr... Ein Problem mehr... Keine weniger... Bis bad ist... Ich weiß nicht... Früher konnte wir sich ja immer auf Servern übereinander legen... So... Jetzt hörst du schön die Maschinen rumspacken... Ja... Alter... Was ist das? Ja... Weil die nicht genug Strom haben, um durchzulaufen... Oh ja... Oh mein Gott... Hilfe... Der ist zu gerne... Hört sich so an... Ja... Die explodieren schnell Leute... Fiegel die ganzen Türen... So... Boah ey... Jetzt bin ich sicher... Oh mein Gott... Alter, ist lag sowas von... Und wir sind schon bei... 17 Minuten... Ja, schon bei 15 Minuten... Ja, das wird alles da vielleicht mal eine bisschen kürzere Folge... Weil ich glaube kaum, dass hier irgendjemand in solchen lags hier rum weiterspielen will... Ich hab ungefähr 2 FPS... Also wir werden auch mal einen kurzen Cut machen... Und mal ein bisschen aus... Also nicht aus... Also nicht aus... Ja... Wir werden hier mal diese ganzen... Sachen hier jetzt mal weiterverarbeiten erstmal... Und so weiter... Und vielleicht... Schauen... Ja... Okay... Solarpanels können wir sowieso nicht craften... Weil wir keinen Rubber haben... Aber naja... Ich hab schon Rubber... Aber nicht viele... Ja... Daraus müssten wir uns dann in unseren Solarpanels machen... Oder wir stellen unsere Strom irgendwie anders her... Naja... Okay... Dann würd ich's erstmal sagen... Warte mal kurz... Warte... 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 Lass es mal... Ein Wort zum Abschluss... Und zwar... Wir holen uns einfach einen Hamster... Tun uns keine Drehscheine... Lassen uns die Drehscheine mit dem Hamster laufen... Und dann... Haben wir... Die ist das... Diener Style... MC... Haben wir schon gleich... Was haben wir dann? Strom... Ja... Pff... Aber das... Dann würden wir ja Kleintiere ausbauen... Wow... So... Und ähm... So... Und ähm... Mit dieser wahnsinnigen... Mit diesem wahnsinnigen Performance-Schub... Von 5 FPS... 6 FPS... Ähm... Ja... Ähm... Nein... Ganz ehrlich... Wenn du keine Tiere ausbauen willst... Dann tun wir einfach irgendeine Player da rein... Das ist das... Ja okay... Also dann... Vielen Dank fürs Zuschauen... Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder... Tschüss... Und ja... Bis dann... Ja... So...